Das ist die Kathedrale von Notre-Dame. 182 Jahre, um eine Kirche zu errichten. In Italien bauen wir sie praktisch über Nacht. Innerde in italienische Leidenschaft. Greta, ich will dich fragen, ob du meine Frau sein willst. Deutsches Temperament. Hallo Jungs, ich würde Sie gerne bekannt machen mit Herrn Gunther Friedmann. Herr Friedmann hört gerade seine Nachrichten ab und kann deswegen leider sein Telefon noch nicht ausschalten. Oh, Applaus für Herrn Friedmann. Französischer Charme. Das war nicht nur ein Lächeln und britische Logik aufeinanderprallen. Dann knallt es. Triff die Frau auf dem Fahrrad. Denn keine Frau kann so umwärmend wie deine Fantasie sein. Ich habe die Frau auf dem Fahrrad überfahren. Ausgezeichnete Lösung. Aber es muss doch jemand geben, der sich um sie und die Kinder kümmern kann. Irgendein Onkel, eine Tante, vielleicht jemand von Facebook. Äh, Paolo. Ich versuche ins Bad zu kommen. Paolo, komm noch bei mir. Geht früh morgens weg. Ich gehe joggen. Ja, sie kommt erst nachts zurück. Italienische Männer halten Treue für eine Krankheit, die man sich im Rentenalter einfängt. Entschuldigt dich, Ari. Fertig. Meine Brüste gehören in den BH. Warum muss hier immer so viel Druck gemacht werden? Macht schon, macht schon. Das ist schlecht für meine Nerven. Ich bin umringt von Autos. Alles dicht. Ich glaube kein Wort davon. Könnten Sie mir jetzt... Nein, mit dem Slip helfe ich Ihnen nicht. Ich brauche einfach mehr Zeit für Greta. Du musst heute Nacht für mich auf das Ziel aufmachen. Er wird ja jetzt eine andere haben. Meine Telefonnummer liegt auf dem Tisch, aber nur bei echten Notfällen anrufen. Nein, nein, nein. Ich komme gleich vorbei. Dir ist doch klar, das war nicht genug. Ich bin gleich wieder da. Du kannst jetzt nicht aufhören. Am Wochenende schlaf ich länger, Papa. Sagen die gerade Papa? Mein Leben segelt davon. Es fehlt der Anker. Wenn du irgendwo einen Anker werfen willst, nicht auf meinem Sofa. Liebe und andere Turbulenzen. Was zum Teufel machst du da? Wonach sieht es denn bitte aus? Verschwinde! Weißt du, dass dieser Mann schon dreimal verheiratet war? Das merkt man. Euch werden Menschen begegnen, die nicht begreifen, was ihr Männer durchgemacht habt. Auf euren Schultern lastet nun...